Seit 2011 flimmern die Geissens mit ihrer Reality-Serie über unsere Bildschirme und lassen uns an ihrem Jet-Set-Leben teilhaben. Zu Beginn der Reality-Show waren die beiden Töchter, Shania und Davina, noch kleine Mädchen. Mittlerweile sind beide zu hübschen Teenagern herangewachsen und lösen regelmäßig jede Menge Wirbel aus. Aktuell sorgt ein neues Instagram-Bild der 17-jährigen Davina für Diskussion. Carmen und Robert Geiss' Tochter zeigt sich darauf in einer schwarzen Corsage, die einen üppigen Ausschnitt zaubert. Sofort häufen sich die Kommentare zu Davinas Oberweite. Ihre Fans spekulieren, dass sich die Beauty einer Brustvergrößerung unterzogen haben könnte. Doch dass sich die 17-Jährige wirklich unters Messer gelegt hat, scheint eher unwahrscheinlich. Was meint ihr?